Alle haben Angst vor mir. Wenn du andere Menschen ansiehst, zeigst du ihnen all die Dinge, derer sie sich schämen müssen. Du hast eine Gabe. Fürst Ebenezer, seine Frau und ihr Sohn sind ermordet worden. Nicodemus Rabens, der Sohn des Fürsten, steht unter Verdacht. Kommt eilend. Der Blick einer Beschämmerin ist unsere letzte Hoffnung. Sieh ihn einfach in dir auf und erzähl Trakan, was du gesehen hast. Sieh mich an. Ich kann seine Schuld nicht sehen. Er hat seinen Vater nicht umgebracht. Keinen aus seiner Familie. Was soll das? Hilfe!